Hier hat man so die Jungen im Fein ausgeschrieben. Ja, ich sehe ihn. Das ist nicht immer gut. Aber genau. Das wäre nicht so gut. Macht euch auf jeden Fall auch eine liebe Geschmass. Ich freue mich, wenn ich euch sehe und hoffe, dass ich bald mit dem Vorten muss. Und dann in Polar-Aktion genießen kann. Und dann ab 20 Minuten mal schon verhandeln. Die 36 ist ja auch nicht ganz gut. Und jetzt hat er sich noch ein bisschen auf den Mustern reingeschossen. Er hat mir in Frankland gestellt fest. Ich war doch lieber den Mustern.